In diesem zweiten freien Training für den Italiener, hier noch einmal dieser spektakuläre Abflug, Aquaplaning, das Auto vollkommen aus der Kontrolle verloren. Da hat hier Glück, dass er die Dranke nur streift, mehr oder weniger. Die Wiese entlang schlittert, noch einmal ein leichter Einschlag, vorne links, aber das Ganze hätte deutlich schlimmer ausgehen können.